Musik 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 Geh kaputt du Scheiß Ach was ging der mal kaputt ey Wer stört das Ziel? Schade geht der Mist nicht mehr kaputt ey Wer geht nur mit dem Panzer nicht kaputt Wo sind denn die Leute bei A so? Ich weiß es nicht also Sie sind da über die Grünfläche gekommen vom Dom her Ich hab mich einer erwischt Ja da waren grad zwei Mediums auf der Arsstraße Aber ich sehe sie nicht mehr Ich komm mal zu dir gerast Mein Panzer ist ja ziemlich schnell Er verschleuert da auch wie ne blöde Mistzau Also hast du grad auf mich geschossen? Nein Ich komm doch grad erst von hinten Ich bin doch gar nicht da bei dir Ich mich nicht an irgendwas hat auf mich geschossen Ich bin's dich ich seh' dich grad nicht mal Jetzt läch' dich erst Boah alter Ich fand's nicht One hit erstmal Den Typen Keine Ahnung Ich hab irgendwas durch Artillerie getroffen Ich hab irgendwas durch Artillerie getroffen Max Und zu lockern Oh Treffer Aber abgeprallt Fuck ich muss zurück Oh shit Das ist ein M26 Der Einzige mir Dich selbst Alter der ist vorbeigegangen Wow Oh Gott Hatte ich lag Von dem M26 Unschild Fakt Da kommt was um die Ecke Jetzt seh' ich's nicht mehr scheiße Oh Ich rush' den Medium jetzt Oh kritische Treffer im Ferdinand Nice Die ganze Zielbesatzung ausgeschaltet Hallo M26 Du kriegst jetzt richtig aufs Maul Ich seh' nicht ey Hab ich das eigentlich schon erwähnt Oh Tag Nochmal Nachladen 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 Da kommt wieder auf mich zu Der Rush der Arsch Fuck Ja so ein Schwachsinn Das kann ich nicht schießen Ich brauch Hilfe dem Play Ich kann nicht mehr schießen Ich bin tot So ein Schwachsinn Hab ich ja schon lange nicht mehr gesehen Ja alter wie schnell kann der denn nachladen Also Nein das muss ich nachladen Ich bin tot So Ich bin tot Ich kann so schnell nicht mehr reagieren So Wie kommt 3,4 Panzer zu Ich kann nicht machen Ich kann nichts machen Ich kann nicht nachladen Es bin ich tot So ein Schwachsinn Es ist klar So ein riesen Jagdpanzer lädt schneller nach Als mein Panther Das ist Das ist sicher Ja sicher Du musst noch fair bleiben Pfeffer Na super Jetzt Caption die A Ja klar Wie gesagt Ich war da alleine Aber jetzt sind 3 Panzer um die Ecke gekommen Und ich hab gesagt Hilfe, Hilfe, Hilfe Warum blockiert denn hier so ein Arsch mit seinem Panzer die Einfahrt Ja die Ausfahrt Ja Arsch mit Panzer Ja so ein Arsch mit nem Panzer Fuck die sind ja schon hier vorne ey Oh kritische Treffer ey Lol irgendwas hat mich getroffen Schütze wieder ausgeschaltet Kann wieder nicht schießen Komm lad nach Junge lad nach Dann kann ich wieder schießen Der Ladeschütze wurde ausgeschaltet Ja genau Wir waren grad fertig mit dem Laden Boom Treffer und jetzt muss er wieder von vorne anfangen mit dem Laden Das ist doch lächerlich Jetzt kann ich wieder nicht schießen ey Die RNG Elemente sind doch eh am allerbesten in diesem Spiel Ja bin ich tot Bin tot Ah jetzt kommt der Russe auch mal mit seinem Panzer da angefangen Den stüren Emil haben wir eh total vergessen Das ist Die Kugel ist rein, raus, rein Das ist gar nicht lange Wo ist denn du? Ich muss ihn mal finden Da war es da eh grad Demplace Müsst du mir noch nicht wundern gezeigt Lol Liegt gerade Kanone Kanone und zwei MG hat dein Ding Digga das Ding hier ist absolut scheiße Ja der fliegt grad Ich dachte wir gewinnen das jetzt eigentlich Ach du scheiße Jetzt weiß ich was auch Vor allem die japanische B17 Warum steuerst du die japanische B17 Was für Schwachsinn ist denn das eigentlich? Das steuert sich absolut scheiße Warum gib Gas zu dringen Eins mit Panzer zerstören dann haben wir ja gewonnen Und was getötet? Ne Bin da angeblich abgestürzt Weil ich ja nicht abgestürzt bin Neu Na doch Boah ich hab ja den Flieger abgestürzt Achso du hast diese Time versetzten Bomben gehabt Ja schau das Balken ist zurückgegangen Jetzt ein zwei Kills noch und wir haben gewonnen Ja ich kann aber niemanden mehr zu stören jetzt Auch Auch da kommt ein Jäger Ja ich weiß Was soll ich denn machen mit diesem langsamen Ding Oh, ich glaube, deine Besatzung ist tot, oder? Ja, ich bin tot. Loll. Die lassen ihre Köpfe so hängen. Ja, das ist ja echt neu. Echt gucken, ob... Okay, ein Kill noch, dann haben wir gewonnen. Das ist echt die Frage, ob sie es jetzt schaffen, ein Kill zu machen. Ah, ich hab grad gut aus. Ja, hat ihm das Rotzerblasen. Wenn er jetzt nachlädt, dann haben wir einen Kill. Dötet ihn. Nein, sie töten ihn halt nicht. Die A's von den Amerikanern wird... Äh, vor T4 nicht nutzbar. Also deswegen... Wies. Die, wir haben nochmal zwei Panzer im Einsatz. Was soll denn der Scheiß? Wir haben echt über zwei Panzer. Tiger und Tiger 2. Alle anderen sind tot. Und der Tiger schläft. Jetzt kommen die Feindlichen. Jetzt kommt unser Panzer wieder. Also wir sind drei, aber jetzt ist der eine an der Front, das ist zu spät. Der macht das nicht mehr. Außer er hat jetzt echt Glück und irgendwer fährt ihm vor die Flinte. Aber das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Ja, wir verlieren das jetzt. Ich kann schon spüren, wie nah wir sind zu drinnen. Das ist ja nicht genau gleich, ey. Und das war's. Na gut, dann sag ich mal, das war's für heute. Wir sind uns jetzt mal wieder. Bis dahin. Tschüss.